wir können loslegen wir fangen an mit kategorie 1 und kategorie 1 ist ist dies ein fußballverein wer zuerst drückt darf zuerst antworten der fc super power fabi sagt nein das stimmt leider nicht das ist ein thailändischer erstligist aus der stadt prakan und damit geht sewi mit 1 zu 0 in führung wir machen direkt weiter der flat earth fc auch das ist falsch der flat earth fc spielt in der spanischen vierten liga damit steht es 1 zu 1 in dieser kategorie wir machen weiter mit dem fc bullshit united falsch das ist korrekt diesen verein gibt es nicht gedroht so nennen liverpool fans gerne ihre konkurrenten aus manchester wir machen weiter mit dem vierten 2 zu 1 steht es für fabi fc kiffen 08 nein sie wie auch diesen verein gibt es der fc kiffen 08 ist viermaliger finisher meister hättest du es gewusst ja ich hätte jetzt spontan ob jagen damit hat fabi die erste kategorie 3 zu 1 gewonnen erster punkt für fabi wir machen weiter mit der zweiten kategorie und zwar ist das hat dieser spieler die rückennummer 7 getragen wir fangen an mit einer legende die ihr sicherlich beide kennt eric kantonar nein fabi sagt nein das stimmt aber nicht eric kantonar lief bei manchester united stets mit der sieben auf ich kann sagen ich hab ihn im kopf punkt für sewi ok wir machen weiter mit hat die rückennummer 7 getragen steven gerard was glaubst du welche rückennummer er getragen hat ich glaube es war auf jeden fall nicht die 7 8 richtig fabi es ist die 8 damit hat sie recht gehabt und nach den ersten beiden 2 zu 0 für sewi wenn du dir die kategorie holen willst fabi musst du jetzt dreimal punkten wir machen weiter mit fritz walter und wir haben ein 1 zu 1 wir machen weiter mit war mal spieler bei arminia wenn ihr an ältere spieler von arminia denkt wer fällt euch da direkt ein wir beginnen mit unserem u21-trainer stefan kunz nein das stimmt leider nicht stefan kunz spielte ab 1996 bei arminia bielefeld waren wir nicht mal geboren ne ich dachte aber auch nicht ich hatte gerade eine ganz andere frage im kopf dachte wir wären noch bei der nummer 7 aber wenn mir die nummer 7 aufgelaufen ist weiß ich leider nicht ne glaub ich nicht okay der erste punkt der erste punkt für sebi wir machen weiter mit christian ziegel ja sebi sagt ja und das stimmt leider nicht christian ziegel war trainer bei uns damit steht es eins zu eins wir machen weiter mit dem österreichischen nationaltrainer franko voder keine ahnung komm sag mal ja das ist absolut richtig franko voder war in den 80er jahren spieler von arminia bielefeld 2 zu 1 für fabi wir machen weiter mit arne friedrich ja das kam schnell das klang wie gewusst das klang wie gewusst er ist richtig und ist natürlich absolut richtig damit hat fabi diese runde mit 3 zu 1 gewonnen und liegt 2 zu 1 vorne erstmal einen schluck dringend ja ehrlich okay wir machen weiter mit der vierten kategorie die vierte kategorie heißt ist dies eine regel oder nicht wir fangen an mit der ersten regel auf den ferröer inseln darf ein mitspieler den ball beim elfmeterschießen für seinen schützen festhalten so ausgefallen das stimmt gleich ist ein bisschen mügelig oder sowas und sonst rollt er weiter weg dort ist es vor allem sehr windig und deshalb rollt der ball immer weg und es ist auf den ferröer inseln erlaubt den ball festzuhalten auf dem mitspieler punkt 1 zu 0 für sie gut gepokert und kombiniert auch wir machen weiter und wechseln die sportart wir gehen nämlich zur formel e ich weiß nicht ob ihr euch im motorsport auskennt während des rennens bekommen drei fahrer einen zusätzlichen boost und zwar sind das die drei fahrer die auf den sozialen medien am häufigsten erwähnt werden während des renns ich würde jetzt mal spontan nein sagen das ist leider falsch denn diese aussage ist absolut richtig ich habe auch nein gesagt drei fahrer bekommen einen zusätzlichen boost damit steht es 2 zu 1 für sebi wenn in norwegen ein einwurf falsch ausgeführt wird dann wechselt er nicht den ballbesitz sondern der einwurf wird wiederholt falsch das ist absolut richtig das haben wir uns einfach ausgedacht das klang auch so ich wollte euch überlegt warum soll es da anders sein das macht ja keinen sinn dann kann man jede regel anders machen damit steht es 2 zu 1 für sebi wenn der ball beim elfmeter platzt dann wird das spiel trotzdem ganz normal fortgeführt ist nicht richtig wenn der ball durch einen zu harten schuss platzt beim elfmeter dann gibt es eine wiederholung und damit geht diese runde mit 3 zu 1 an sebi und wir haben noch eine fünfte entscheidende kategorie ok dann starten wir in die alles entscheidende kategorie und zwar also ist dies ein fußballverein aus london der erste verein den wir euch vorstellen ist ist preston north end ist übrigens der erste englische fußballmeister sehr viel gar nicht ja das ist leider nicht richtig preston north end kommt aus der stadt preston wir machen weiter damit steht es 1 zu 0 für sebi mit den queenspark rangers das ist im herzen von london die queenspark rangers spielen an der lofthouse road damit steht es 1 zu spielen ich war da nur noch gab es da mal ein angebot oder weiter geht es 1 zu 1 charlton atletics nein das ist falsch charlton ist ein stadtteil am rande von london und damit kommen sie auch aus london 2 zu 1 für fabi kunze der jetzt hier den sachen zu machen kann nr 4 es wird immer noch gesucht ist dies ein fußballverein aus london west bromwich albien nein wo sollen die nämlich herkommen das ist richtig us-bromwich kommt aus birmingham damit geht diese kategorie mit 3 zu 1 an fabi kunze und fabi hat gewonnen richtig oder nicht auf west ham united gewartet sofort getroffen das ist ja da wenigstens ja da wenigstens ja ja landstorvisch ja